Mann, 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 Mann. Eine Bande von Idioten. Überall, wo man hinschaut, ich sag's euch, Leute, nur noch Chaoten. Ach nee, man muss ja jetzt sagen, Chaot innen. Das Land geht vor die Hunde. Wir brauchen mal wieder ein bisschen mehr Normalität. Beruhig dich erst mal und trinke einen Kakao. Gebe halt her das Zeug, aber mit normaler Milch. Wehe, du gibst mir diese vegane Blurre. Ich grüße euch. Früher nach der Schule bin ich sehr gerne zu meiner Oma zum Mittagessen gegangen. Es gab dann Rippchen oder Fisch oder Salami-Pizza. Ich war es also gewohnt, tierliche Produkte zu essen. Heute gehe ich zwar nicht mehr in die Schule, aber ich gehe immer noch sehr gerne zu meiner Oma. Und wenn ich dann dort bin, dann gibt es halt Kartoffelsuppe mit Tofu-Wienern oder Kartoffeln mit Seitan-Schnitzel. Für mich hat sich also nicht viel geändert in meiner Normalität. Und auch meine Oma ist inzwischen daran gewöhnt, vegan zu kochen. In diesem Prozess aber, also in der Gewöhnung an die vegane Lebensweise, hat sich sowohl für meine Oma als auch für mich eine neue Normalität entwickelt. Was ist normal? Normal ist der aktuelle Zustand. Das, was ist. Ist vegan normal? Nicht mal 5% der Menschen in Deutschland leben vegan. Also nein, vegan ist nicht normal. Aber, nee, kein aber. Vegan ist nicht normal. Punkt. Was ist normal? Normal ist, dass wir Tiere nutzen und dass wir Tiere töten oder töten lassen. Das ist erstmal ganz wertfrei. Also normal ist, dass wir Fergel kastrieren, damit ihr Fleisch besser schmeckt. Normal ist, dass wir Affen zu unserer Belustigung einsperren. Normal ist, dass wir Hühner züchten, die dann unter der Last ihres eigenen Gewichts zusammenbrechen, damit wir dann Nuggets essen können. Mh, lecker Nuggets. Noch in der Bio-Haltung, die lediglich 5% Marktanteil hat, sind bis zu 25 Hühner auf der Fläche einer Tischtennisplatte zusammengepfercht. Die Fläche einer Tischtennisplatte, das ist ungefähr so viel wie der Abstand zwischen mir und der Kamera. Eins, zwei, drei, bad. Mich leiden Fragen, auf die ich nur bedingt eine Antwort habe. Wie kann die milliardenfache Nutzung und Tötung empfindungsfähiger Lebewesen Normalität sein? Wie konnte es Normalität werden? Und damit meine ich, wie konnten und wie können wir das zulassen? Meine Güte, jetzt moralisier doch nicht schon wieder. Wir verlassen die beschreibende Ebene. Das stimmt. Normalität ist das, was ist. Normalität ist aber auch das, was sein soll. Streichen wir doch einfach mal drei Silben aus dem Wort Normalität. Ah, Norm. Eine Norm, ein Wert, an dem wir uns orientieren. Woher kommt dieser Wert? Er fällt bestimmt nicht vom Himmel und wir finden ihn auch nicht mit einer Lupe. Einen Wert, eine Norm setzen wir. Wir legen fest, wir bestimmen, was die Norm ist, was normal ist, was Normalität ist. Die Aussage, Tiere zu nutzen ist normal, beschreibt nicht nur das, was ist. Also, dass wir in unserer Gesellschaft halt einfach Tiere nutzen. Nein, diese Aussage legt fest, dass es okay ist, Tiere zu nutzen. Normalität hat als Begriff eine unglaublich normative, also wertgebende Kraft. Wenn ich das Wort Normalität benutze, dann muss ich es nur noch mit beliebigen Inhalt füllen und zack, bin ich unantastbar. Fleisch essen ist normal. Heterosexualität ist normal. Ananas auf Pizza ist normal. Das Problem ist nur, es gibt keine allgemein verbindliche Normalität. Normalität, das ist die eigene Normalität oder die Normalität einer politischen Partei oder die Normalität einer sozialen Gruppe. Normalität ist umkämpft. Wir verhandeln ständig, was normal ist. Wenn wir zum Beispiel Hafermilch kaufen oder bestellen, dann hat das nicht nur eine ökonomische Bedeutung. Nein, es hat auch eine symbolische Bedeutung. Denn wir verschieben damit die Normalität hin zu einer Gesellschaft ohne Tierkonsum. Und das ist viel wert. Wir sollten dem Wort Normalität nicht auf den Leim gehen. Das Wort Normal zu benutzen, hat eine ideologische und politische Funktion. Und diese Funktion besteht darin, sich unantastbar zu machen und auszugrenzen, was nicht normal ist. Und was nicht normal ist, das ist dann auch ganz schnell mal krank. Manchmal wird vegane Person unterstellt, eine Essstörung zu haben oder in Behandlung zu gehören. Und darauf muss man erstmal kommen. Also eine Lebensweise für krank zu erklären, die lediglich Respekt vor Menschen der Natur, die Tierinnen fordert. Ja, Veganer und Veganerinnen fordern eine andere Normalität. Aber wenn die Normalität darin besteht, 25 Hühner auf der Fläche einer Tischtennisplatte einzusperren, dann ist es dringend nötig, dass wir eine andere Normalität schaffen. Was ist denn eure Normalität? Hinterfragt ihr diese Normalität? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann denkt daran, dass wir den Tierkonsum überwinden müssen. Ihr probiert doch wenigstens mal Hafermilch. Mh. Mh. Mann, 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 Mann. Eine Bande von Idioten. Was guckst du denn so blöd?